bei meinem stream sieht man röders du bist auf check gerade drauf oder was bei beiden also matthias streamt und ich stream ich gucke bei dir also so sieht es auch bei mir aus ja ja und es ist ja nicht es ist absolut nicht das problem ist dass der die anzeige von dem punkt teilweise aus dem bild ist drehen mal ganz rüber mit dem joystick ein anschlag oder irgendwo nach unten oder so du blickst irgendwann gar nicht mehr wohin du zeigst mit dem mit dem cursor vor allem nach unten ins schiff rein das ist totaler müll wenn du dein kopf irgendwie ganz falsch ohja ohja ja punkt ich leider sehe ich jetzt bei dir gerade verpackte anzieher so ja weil der was halt ist ja ja der tumpel den wir dahin drehen das ist einerseits ich hätte das problem ist dass der halt mit dem look ahead modus auch in die oder ich habe verpackt ich habe den schul noch unten dass der teilweise dass du teilweise ins schiff rein guckt und du dich drehst und die kopfbewegung da ist die gar nicht solle also wenn die kopfbewegung nicht mitgehen würde weis ja ja weil der ein cursor an der position ist aber das ist das kann man so teilweise ja problem ist dass der die kopfbewegung nicht mitgehen darf was teilweise geht und dass der nicht nach unten guckt so arg ist es ist total störend also ich stehe jetzt gerade wieder auf was zwischen ausrichten ich sehe es halt verzögert wenn du das jetzt sagst muss ich kurz warten du wenn jemand von euch auf scnr gerade streamt dann müsst ihr anhosten ja eigentlich auf mein channel nur 10 vorne du hast da keine veränderung ja ich sehe es schon jetzt so ich bin auf deinem ich schaue noch nicht so noch nicht du musst beide ja wie kannst du das machen ja mit alt hast du da alt gekriegt lass mich mal einsteigen warte mal lass mich mal kann schon eigentlich noch schießen wenn ich gerade am aussteigen mit achten soweit ist da durchdacht okay ja komm mal raus warte mal warte mal bleib mal drin warte warte nicht schießen bisschen blödsinn muss auch sein ja das finde ich schlechter das war mal besser seht du stand by for reintegration haa headshot absolut geil assolut geil haa headshot haa 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 so im Free Flight, wenn dann irgendjemand gerade so am nix tut ist, oder im Universe dann so hinschwebt, man turben und dann einmal büb. Ja! Ja... Ja! Ja, ja! Ja, ja! Ja! Ja, ja! Vielen Dank.